Elmar Stegmann, Landrat für den Landkreis Lindau. Sie sind ja ein Freund der Korridor-Vignette. Warum ist Lindau eigentlich davon betroffen? Die Korridor-Vignette hat sich aus unserer Sicht bewährt. Wir haben ja Verkehrszahlen da und auch Daten, wie stark die Korridor-Vignette nachgefragt worden war. Und während es im Jahr 2009 noch zwischen 8.000 und 900.000 Nutzer waren, die die Korridor-Vignette gekauft haben, waren es im Jahr 2012 schon 1,3 Millionen Nutzer. Das zeigt, die Korridor-Vignette hat sich größter Beliebtheit erfreut. Sie ist angenommen worden und hat mit dazu beigetragen, die Durchgangsstraßen von Lindau genauso wie von Bregenz vom Verkehr zu entlasten. Und deswegen habe ich mich mit ganz großem Nachdruck dafür eingesetzt, dass diese Erfolgsgeschichte die Korridor-Vignette beibehalten wird. Und wir waren auf der bayerischen, auf der deutschen Seite sehr enttäuscht, als dann das endgültige Aus für die Korridor-Vignette gekommen war. Die ASFINAG verweist ja auf den Gesetzgeber. Die österreichische Regierung stellt sich quer. Haben Sie noch große Hoffnungen auf eine Rückkehr der Korridor-Vignette? Das ist wichtig, dass man mit Daten und Fakten argumentiert. Und deswegen habe ich auch mit dem Vorherberger Landeshauptmann, mit Markus Wallner vereinbart, dass wir auf beiden Seiten unserer Grenze Verkehrszählungen durchführen, damit wir belastbare Zahlen haben. Und auf deren Grundlage kann man leichter argumentieren. Zur ASFINAG sei nur gesagt, Gesetze werden von den Parlamenten gemacht. Dort gibt es Abgeordnete, die werden jetzt in diesen Wochen gewählt. Und da erwarte ich mir dann schon auch, dass man ein Gesetz, wenn es sich denn bewährt haben sollte, entsprechend anpasst. Und dann kann man ja möglicherweise über eine Gesetzesänderung die Korridor-Vignette wieder einführen. Bis wann werden denn die Daten erhoben sein, von denen Sie gerade gesprochen haben? Die Stadt Lindau geht davon aus, dass sie bis Ende September die Daten haben werden. Haben Sie noch alternative Lösungsideen, abseits der Korridor-Vignette, für das Verkehrsproblem rund um den Bodensee? Wir werden in Lindau eine große Verkehrskonferenz Anfang Oktober haben und uns auch dort noch mal intensiv mit allen Verkehrsthemen, nicht nur auf der Straße, sondern auch auf der Schiene, austauschen. Aber speziell zum Thema Durchgangsverkehr durch Bregenz und auch durch Lindau muss man sich mal überlegen, ob nicht auch eine Variante denkbar wäre, wie man sie in Kufstein hatte, wo dann eben die ersten Kilometer auf der Autobahn nicht mautpflichtig waren, um die Anwohner vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Die ASFINAG wird sicherlich von so einem Vorschlag nicht begeistert sein, aber auf die ASFINAG kommt es auch nicht darauf an. Es kommt auf den Willen der Menschen an und des Gesetzgebers und den sehe ich hier gefordert.